Nennst mir das Land so wunderschön, das Land, wo ich geboren bin. Wenn du heute ein paar Brücken Englisch kannst, schaue ich mal zum Beispiel «public viewing». Also «medish» heisst das «gruselinwand», «schutto», «feste». In Amerika heisst es zwar «public viewing». Wenn jemand Bekanntes gestorben ist, dass die Bekannten da vorbeigehen und man abschiedfeierend. Wenn ich gerade mit Ballspielen war, «public stilling». Wenn du ein Kind in Brust gehst, nicht mehr ins Zimmer, sondern beim Prinz Thierum. Oder wenigstens an die Strasse, wenn die Domberverein kommt und den Dienst der zehnjährige Kevin ansetzt. Das ist aber die Location wichtig, die Strasse. Und das ist übrigens noch ein kleines Dilemma. Wenn jemand stillt, wenn du schaust, heisst es «du hast noch ein Glüstler». Wenn du nicht schaust, heisst es «was hat es eigentlich?» Nicht von uns. So geht das dir das Leben lang weiter. Oder zum Beispiel das letzte, was dir wieder ging. «Making of». Da müssten wir den Hallen und eine Bühne mieten. «Making of new Kevin». «Mutti reloaded». «Rom, rom, rom!» «Rom, rom, rom!»